Guten Morgen, willkommen nach irgendwie zwei Wochen zu einer Folge Moneymaker. Ich sag schon mal vorweg, mir tut es leid, dass diesen Samstag ein Video kam. Ich hab's einfach komplett verpinnt. Eigentlich war ja mit Otto eine Aufnahme geplant, aber dazu sag ich euch später mehr. Ja, Moneymaker, ne? So, wie viel haben wir denn offline verdient? 10 ASC und Minenstillstand. Okay, das war ja klar. Okay, ich würde erstmal alle Effekte aktivieren, würde ich sagen. So, wir könnten schon gleich den nächsten Arbeitsplatz kaufen. Würde ich sogar sagen, machen wir gleich mal. Ui, oh. Ich würde jetzt erstmal provisorisch einen anderen Mitarbeiter einsetzen, vielleicht. Erst mal den da, bis der Effekt nämlich abgelaufen ist. Ich hab den Lorn-Transport aufgegeben, ein bisschen erweitert. Der Banktransport muss ein bisschen abgebildet werden. Und jetzt haben wir kein Geld mehr. Boah, dieser Sprung aber, ne? Der macht Level 190. 401 AA die Sekunde. Und der macht 860 AA die Sekunde. Tut mir leid, wenn ich mal ein bisschen verschlafen klinge. Aber ich bin tatsächlich gerade erst aufgerstanden. Wir haben 9.22 Uhr. Dass das Video wirklich am Montag kommt. Wie viele Booster haben wir? Wir könnten jetzt alle Booster aktivieren und gleich in die Mine gehen. Aber ich glaube, ja, das machen wir dann sogar mal. Ich bin gerade auch gar nicht. Tatsächlich. Okay, dann machen wir das mal. Wobei, Idle Cash ist noch nicht so hoch, ne? Ja, wir gehen jetzt einfach mal in die Mine, ne? Wie gesagt, Otto, ne? Am Montag hab ich Otto angeschrieben, wegen Donnerstag, dass wir um 17 Uhr ne Wobbly Live-Aufnahme machen können. Er hat sogar zugesagt, die Rony dahinter ist. Ich hab am Donnerstag auch fast verpennt. Hab ihn um irgendwie 17.30 Uhr, 17.50 Uhr oder so was gesagt, antwortet, beziehungsweise geschrieben, ob wir aufnehmen. Und ich hab jetzt bis jetzt, wir haben jetzt Sonntag, den 7.07 Uhr, 9.30 Uhr. Man hat immer noch nicht geantwortet. Danke, Otto, wirklich. Oh, ein Booster. Cool. Noch ein Booster. Oh, ein Booster. Oh, ein Booster. Cool. Oh, ein Booster. Ó, fuhuuhh! Ah, wir haben jetzt einfach unser Geld verfünffacht sogar. So, und wir haben drei AC verdient. Das ist echt lächerlich, wirklich. Aber alle Effekte sind wieder bereit. Ich muss mein Game-Lew starten. Das ist schon wieder hier ein halbes Daumenkino. Wirklich. So gern ich Idle-Games spiele und so gern ich das spiele hier auf. Das nervt irgendwie mit den Legs. Ich habe echt ein Performance-Problem. Weil mit der Zeit, je länger ich allgemein Minecraft spiele, je mehr Legs. Und dann muss ich jetzt irgendwann neu starten, dass es dann wieder nicht legt. Weil wirklich, wenn man OBS hat, wenn man jetzt noch diesen Charakter hat, wie ich hier, der auch richtig viel Leistung zieht, kann man ja echt irgendwie nur sehr schwer spielen. Das ist echt, boah. Du hier. Ich wechseln wir mal aus gleich. So, was hast du denn für eine Fähigkeit? 100% Abbau. Dann kriegst du auch 100% Abbau. Du, du hast 125% Ertrag. Ebenso du nicht. Dann kriegst du den 125% Ertrag. Du hast 175% Ertrag und du, du kriegst 175% Ertrag. Dann aktivieren wir erstmal alle Effekte, denn das ist ja auch mal wichtig. Jo, das war's dann schon. So, ich bin jetzt 41 Minuten in der Aufmaß. Super, was hast denn du noch? Bisschen auch bald. Dann an sich nochmal in die Mine runter. Klar, aber ich glaub, in die Mine runter macht das erstmal mehr Sinn. Guck, ein Booster. Oh, noch ein Booster. Oh, noch ein Booster. Oh, cool, ein Booster. Oh, ein Booster. Oh, noch ein Booster. 80%. Geil. Oh, noch ein Booster. Oh, dann sind wir fertig. Okay, ich muss halt eben neu starten. Wir haben jetzt 116 AC auf dem Konto. Und jetzt hab ich die Wahl, beziehungsweise wir, zwischen einem neuen Arbeitsplatz oder allgemein mal upgraden. Was mir da auffällt ist, hier verdienen wir wirklich diese Sprünge. Also wirklich diese Sprünge hier, die sind wirklich gewaltig. Und ich glaub, es lohnt sich jetzt allgemein mehr, wenn wir jetzt einen neuen Arbeitsplatz holen. Dass wir dann insgesamt noch mehr IDLE-Cache haben, dass wir dann in der nächsten Folge alles andere mal upgraden können. Ich glaub, das machen wir jetzt auch. Ui. Okay, das ist jetzt wirklich die nächste. Jetzt haben wir ein Problem. Aber das heißt, wenn es hier AD steht, könnte es sein, dass das jetzt, dieser Sprung von hier auf hier, so extrem groß ist, dass wir dadurch jetzt reich werden, endlich. Okay. Let's go. Wie ich's wusste, dieser Sprung, der ist so extrem. Und jetzt haben wir auch endlich ein Problem. Also endlich ist es jetzt ein bisschen weitergeholt. Aber endlich ein Problem mit der anderen Kapazität. Weil jetzt müssen wir alles andere wieder upgraden. Und dafür haben wir jetzt noch ein bisschen ein Konto übrig. Und ich glaube, es wäre jetzt erstmal sinnvoll, wenn wir alle Effekte wieder aktivieren. So. Wir haben gleichzeitig eine Aufgabe abgeschlossen. Das ist auch gut. Bei dir können wir jetzt gleich auch mal. Ach, glaub ich, Transport. Zack. Und dich aktivieren wir gleich dann auch mal. Müssten halt den Banktransport eher upgraden. Ich glaub, das macht doch Sinn, wenn wir das jetzt erstmal machen. Okay, mehr können wir nicht upgraden. Da kriegst du jetzt wieder Ding. Das haben wir nur noch den Minecraft-Transport. Bisschen, also den Lorn-Transport. Aber es kommt dann auch nur. Oh, das Geld, das kommt echt gut rein. Das Minecraft kann 1 AC packen. Das heißt, es könnte sogar sein, dass das Minecraft nicht reich hier hinkommt. Wir müssen halt das Minecraft upgraden, ne? Wir könnten jetzt noch ein letztes Mal in die Miene gehen, dass wir danach das Minecraft upgraden können. Und dann ist alles tutti-vorti. Ich glaub, das machen wir sogar auch. Oh, die Pack hat auch, wie viel wir eigentlich jetzt bekommen. Wegen diesen neuen Ding. Wegen ProBlock. Das ist ja krass. Oh, muss ja. Oh, noch ein Busser. Und Busser. Wir sind fertig. Wir gehen zurück. Wie viel haben wir verdient? Ah, und nicht angezeigt. Cool. Der Lorn-Transport, den müssen wir jetzt erst abgehören. Wir haben jetzt schon wieder 130 AC. Das ist echt viel. Also wirklich, das ist echt viel. Zack, zack. Dann nehmen wir jetzt wieder den schnellen. Ja, den da. Und in der Produktion ganz hinten werden wir nicht auch abgehören. Zack, zack. Und unser ganzes Geld ist weg. Wow. Aber wait, wir haben noch nicht diesen Instant Case eingesammelt, kann es sein. Ja, und jetzt können wir hier gleich nochmal unser Geld rausbauen. Geil. Echt. Echt. Geil. Leute, ich nehme jetzt seit 1 Stunde und 20 Minuten lang auf. Wirklich, wir haben extrem viel geschafft. Wir haben neue Rekorde gebrochen in unserem GAK 5.8. Das ist... Boah, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Auch an alle neuen Zuschauer abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen... Es kommt nächste Woche, Samstag, ein Obergorn-Video. Also ihr könnt euch schon mal freuen. Fett im Kalender eintragen, ne? Also würde ich sagen... Tschüss. Tschüss.